Guten Tag meine Damen und Herren, die grüne Welle hat uns wieder erreicht. Vor fünf Jahren haben mein Kollege Chaos, Demont und ich, eine Baumpflanzaktion gestartet. Da haben wir damals gesagt, pro 100 Abonnenten, die auf diesem Kanal hier eben am Start sein werden, werden wir einen Baum pflanzen und wir haben damals auch sieben Bäume gepflanzt. Das Ganze haben wir damals in diesem Video, YouTube wird grün und ihr macht mit, festgehalten. Da haben wir auf iPlantedTree Bäume gepflanzt. Die haben die Bäume damals auf, ich glaube es waren alte Mülldeponien, gepflanzt. Wir hatten auch noch eine Partnerschaft mit Vireo. Bei denen gab es oder gibt es nach wie vor grüne Elektronik, Elektronik, bei denen sie halt bei der Herstellung, beim Versenden und so weiter auch darauf achten, dass der ganze Umweltaspekt gewahrt wird. Chaos, Demont und ich haben uns dann aber leider aus den Augen verloren. Die ganze Sache ist im Sand verlaufen, aber jetzt ist er wieder back und mit dieser neuen Bewegung Team Trees, ihr habt davon sicherlich mitbekommen, ist ganz viel neue Aktivität und vor allem Aufmerksamkeit auf dieses Thema gefallen. Was ganz groß in den Medien war, war Elon Musk, der hier eine Million Bäume gespendet hat, weiter unten mit MrBeast mit seinen 102.000 Trees. Das war auch ganz groß, vor allem eben auf YouTube zu sehen. Da ist jetzt richtig viel Aufmerksamkeit am Start, wie man hier auch sehen kann. Man kann aktualisieren und es sind direkt wieder neue Bäumchen gepflanzt worden. Jeder kann hier Bäume pflanzen für einen Dollar pro Baum und sich hier eben verewigen, wenn er das möchte. Man kann auch, glaube ich, anonym spenden. Und bei dieser ganzen Sache wollen wir auch gerne wieder mitmischen und das ist jetzt unser Neustartschuss für die Aktion. Wir haben damals sieben Bäume gepflanzt, weil ich auf 700 Abonnenten stand. Jetzt sind die Abos auf 10.300 oder kurz vor 10.300. Und da die andere Sache schon so lange her ist, vergessen wir einfach die sieben Bäume und sagen, jetzt müssen erstmal 103 Bäume ran, um wieder aufzuholen. Das Ganze läuft jetzt wie folgt ab. Heute kommen 55 Bäume dran, also 55 Dollar eben an Team Trees und nächsten Monat dann den Rest, um diese 10.300 Abos in Bäume umzusetzen. Das mache ich jetzt auch live mit euch zusammen. Wenn man irgendwelche privaten Daten eingeben muss, dann werde ich den Schritt natürlich schwärzen bzw. halt überspringen. Aber am Ende wird man uns dann hier sehen. Wir könnten natürlich auch, hier sieht man es, anonym halten. Aber ich denke, um eben zu überprüfen, ob ich das wirklich gemacht habe, ist es sinnvoll, das nicht anonym zu machen. So, wir machen hier einfach mal die Dummbubbler. Als Community hasseln wir hier raus. Als E-Mail nehme ich einfach meine Kontakt-E-Mail, die ich halt auch auf YouTube stehen habe. Telefonnummer nicht. Und die Nachricht ist, früher hieß unsere Aktion, YouTube wird grün. Dann schreibe ich das hier einfach rein, oder? YouTube wird grün. Und ihr macht mit. So, dann sind wir wieder komplett back to the roots. Updates können ruhig ankommen. Gut, ich mache das jetzt geschwind und dann seht ihr gleich, was dabei rumkommt. So, ach, der letzte Schritt vor Vollendigung der ganzen Sache. Complete Donation. Achtung, blub. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da direkt auftauchen oder ob es dauert. You're a good human and are now official a member of Team Trees. Sharing, soll ich's sharing? Also, wenn, dann auf Twitter. Ich share's, wenn, dann auf Twitter. Äh, we've got you covered. Ich nehme jetzt einfach genau deren Text und schreibe hier noch dazu. Auch die Dummbubbler sind mit am Start. Rettet die Welt. Ne, so, das passt so. Komm, noch ein Kussmund und nochmal so ein Herz. Und wisst ihr was? Der Dumm lauft natürlich. Ja, klar. Fuß und Herz. So, okay. Ah, da sind wir ja schon. Wunderschön. Fühlt sich gut an. YouTube wird grün und ihr macht mit. So sieht's aus. Sogar ohne irgendwas zu zahlen. Na? Weil ihr einfach Abonnent seid hier kostenlos. Und bumm. Schon gehen die Bäumchen raus. Natürlich hat Chaos dem heute auch was draufgelegt. Und, äh, da ich es von den Einnahmen jetzt bezahlt hab, haben natürlich schon alle, die auch, ähm, bezahlt Abonnements auf YouTube und Twitch haben und auch gespendet haben und so weiter, da auch ein Teil von mitgetragen. Also, vielen Dank auch dafür, gell? Nächsten Monat machen wir dann die 103 voll und vielleicht holen wir noch hier den Mr. Mask ein. Das wird doch möglich sein. Ah, wirklich, wirklich eine stabile Brise. Guck mal da, Tobi. Lütke, Lütke. Das ist, glaub ich, äh, das ist, glaub ich, sogar, äh, jemand, der, der aus Deutschland kommt, oder? Der macht. Der hat dieses Shopify, Shopify, äh, das ist ein Entrepreneur, oder? Oh, für den Lorax. Das ist natürlich auch süß. What's Rebeet? Ja, sehr schön. Und jetzt passt auf, wie viele schon nach uns gekommen sind. Buff. Your mom. Nice. Mal schauen, was wir dann noch so ausarbeiten können. Wir hatten, wie gesagt, auch die Partnerschaft mit Vireo. Ich hatte sie auch schon mal angeschrieben und sie meinten, sobald wir das ins Rollen bringen, können wir sie gerne dann wieder kontaktieren. Wäre eine coole Sache, auf jeden Fall. Das war übrigens damals unser Logo. YouTube. Go green. Hier diese Holztastatur. Sehr originell, ich weiß. Ja, ja. Was habe ich da so erzählt? Vireo ist ein Online-Shop mit einer durchweg grünen Philosophie, welche sich vorrangig an umweltbewusste und nachhaltig handelte. Ja, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.